Ach, Henry, es ist wirklich eine Schande. Du hast dir solche Mühe gegeben und auch Erfolg gehabt. Das dachte ich auch, aber jetzt habe ich weder ein Honorar noch eine Belohnung. Weil die nicht auf Zinders Kopf ausgesetzt war, sondern auf die Wiederbeschaffung des Geldes. Und wer weiß, wo er das versteckt hat. Danke, mein Junge. Nun, was sagst du dazu? Oh, der ist ja wundervoll. Da hast du dir aber eine Menge Arbeit gemacht, Mutter. Ich hoffe nur, dass es auch den Kindern gefällt. Aber ja, ganz bestimmt. So, jetzt haben wir für jedes Kind ein Geschenk. Bekomme ich auch eins? Ich habe eine ganz besondere Überraschung für dich. Bekomme ich auch. Mal. Mal. Bis zum nächsten Mal.